hallo miteinander der woma adventure ja heute geht es darum den heizregler zu ersetzen also da wo man die heizung an und abstellt das ventil ist oftmals beim vario defekt weil es nicht mehr ganz zu macht und dann habt ihr immer wärme auch wenn ihr kalt stellt und ja jetzt zeige ich euch wie man das macht dazu muss man zuerst einmal das armaturenbrett ausbauen dann nimmt man diese blende weg da hat es rechts und links so laschen und dann einfach rausziehen und da sind dann je eine schraube rechts und links die man löst dann die drei schrauben da oben die sieht man ganz gut lösen schrauben raus und schon kann man das armaturenbrett eigentlich jetzt rausziehen ich lasse die ganzen kabel drin und lege es einfach nur so hin und zur sicherheit könnt ihr noch die batterie abhängen wenn ihr wollt aber ja gut dann geht es an die mittelkonsole da gibt es auch wieder zwei schrauben oben sichtbar hier eine hier eine dann unten hier eine und hier eine die kommt man von so schräg schräg rein ganz gut dann die knöpfe einfach rausziehen und danach kann man das eigentlich nur ein bisschen nach hinten klappen das reicht schon weil wir müssen eigentlich nur dieses teil da ausbauen ich denke das sollte reichen das heizventil seht ihr hier da kommt der bau down zug zum heizventil und dieses muss versetzt werden dann hier die düsen die kommen eigentlich daraus ziehen also mit dem schrauber ziehen da unten und dann hier dieses lüfter teil einfach raushebeln das war's den habe ich auch schon damit das armaturenbrett frei ist dann hier hinten hat zum gummi den einfach den habe ich jetzt da unten bereits hingelegt einfach rausnehmen und dann seht ihr gleich da sind überall schrauben haben ein paar ausgenommen die müssen dann alle gelöst werden so was man auch noch machen muss ist hier der einstiegshebel der muss ausgebaut werden dazu diese blind stoppen raus da unten sind grössere torx drin die muss man rausschrauben plus das heizteil muss man rausziehen weil auch da hinten hat es zwei schrauben dazu muss man das hier weg nehmen einfach hier nach hinten ziehen dann geht die klappe weg dann das armaturenbrett das handschuhfach hier hat es überall schrauben ihr seht die müssen alle raus auch der sicherungskasten die abdeckung muss raus und dann kommt man auch von hinten dazu zeige ich euch schnell also hier einfach diese stopfen da die müssen raus raushebeln und jetzt hier unten ist eine schraube also hier drin eine 30er torx und die einfach raus drehen also wie schon gesagt handschuhfach deckel einfach da mit einem spitzen teil schrauben ziehen kleinen rein das ding rüberschieben und dann kommt der deckel schon weg und dann jetzt kommt man hier zu den schrauben dazu eins zwei drei vier vier die ist weg fünf sechs etwa sieben stück und dann kann man das teil da rausziehen so also jetzt kommt das einfach raus das war es müsst ihr nicht mal leerräumen auf die seite legen jetzt oben einfach die lautsprecher abdeckung raushebeln und kabel ausstecken er könnte man auch drin lassen aber egal und dann hier dazu kommen die reindrücken und dann kommen und dann kommt das teil raus da braucht man also nicht diese halter und so weiter geht alles ohne so und jetzt werden diese zwei hier drin gelöst ich mache das nicht mit einem akku ich mache das von hand wie in alten zeiten geht nämlich auch viel schneller ist man sowieso nicht schrauben weglegen vom naturblätts sind eigentlich alle gleich sie sind schwarz kann man eigentlich gut unterscheiden muss jetzt einhändiger arbeiten so war seine runtergefallen die muss ich natürlich sofort holen dann die da noch umdrehen raus so das war's jetzt kommt man zu dieser schraube dazu wegen dem muss man das eigentlich machen wegen dieser schraube so das war's sind alles die gleichen schwarzen schrauben kann man nichts verwechseln so und jetzt muss man alle diese schrauben da hinten lösen also die ganze reihe hinter dem gummi der kommt ganz einfach weg und dann sind wir bald soweit so jetzt fehlen nur noch die zwei da macht das übrigens auch zum ersten mal und dann sollte es eigentlich raus kommen und dann sehen wir weiter wie es da hinten aussieht so jetzt kommt es raus ihr seht's voila also es geht also muss ich gucken ob ich da dazukommen dann aber es geht auf jeden fall ohne dass man alles abbaut jetzt brauche ich beide hände so als nächstes das lüfterteil weg und jetzt seht ihr kommt man da schon dazu so jetzt nehme ich noch diesen lüfterschlauch weg da ist eine sicherung einfach rausziehen so und jetzt könnt ihr den lüfterschlauch abziehen jetzt habt ihr mehr platz so also so sieht das aus und das teil da muss ersetzt werden aber achtung bevor ich jetzt hier einfach da die leitungen löst das ist der rücklauf vermutlich dass der vorlauf müsste zuerst vorne die schläuche weg machen und die flüssigkeit raus lassen weil hier ist das element das ist voll mit flüssigkeit und wenn ihr jetzt los macht dann habt ihr die überschwemmung im innenraum also jetzt wasser vorne bei den heizschläuchen einfach weg machen und wasser raus so jetzt geht es hier vorne weiter die zwei schläuche die müssen weg ich habe die schläuche hier abgeklemmt so habe ich übrigens die heizung immer abgestellt jetzt habe ich noch einen zweiten hingemacht damit mit mir nicht zu viele soße reis läuft dann kann man die briten hier die nennen sie rohrschellen lösen ja ich sehe es schon bluttern soll ich noch ein becken stell noch ein becken unten hin so also beide schläuche ab da der rauch ist weg dann läuft es hier natürlich raus und leert euch das ganze heizelement und da unten becken hin machen damit es da schön rein läuft so jetzt denke ich müssen wir diesen gummi weg machen da einfach mit dem schraubenzieher da unten ran und dann könnt ihr den so raus hebeln so sind die frei und jetzt raus ziehen so jetzt geht es an den ausbau jetzt mal hier diese lösen also nicht vergessen zu filmen ich habe dennoch ausgehängt damit ich da ein bisschen flexibel bin weil jetzt muss ich da diese zwei lösen eine habe ich schon die zweite die habe ich auch und jetzt kommt noch die hier 25 torx so weiter geht's diesen halter müsste halt nach oben biegen und dann dieses teil muss man es ist ein bisschen ein gefummelt also nach oben richtig senkrecht nach oben so langsam raus ziehen bis sich da mal diese gummi da löst und jetzt kommt das heizventil selber das ist auch ein gefummelt zuerst vorne da aushängen da unten und dann auch nach oben ziehen da habe ich noch was gesehen da sind die mutter bevor die das also raus zieht weil die fliegen sich runter mit einem magneten diese mutter hier weil die sind nicht fest sonst fliegen sie raus zuerst raus nehmen und jetzt könnt ihr den beim flansch raus ziehen es geht nicht gut aber ich mache jetzt weiter musste mit einem schraubenzieher bisschen nachhelfen jetzt ist er da raus beim flansch bewegt sich und jetzt muss man ihn auch nach oben weg ziehen das teil noch weg nehmen und da hinten die klammer lösen das mache ich aber nachdem er raus ist weil da komme ich besser dazu und jetzt muss man da ein bisschen mit gewalt den senkrecht nach oben ziehen ja super dieses teil hier auch raus nehmen kam jetzt gleich weg das ist da unten eigentlich nur dahin gesteckt und leicht eingeklemmt ja so geht es natürlich tausendmal besser so also zuerst gerade hochziehen senkrecht nach oben und dann seht ihr kommt ein bogen und dann müsst ihr halt entsprechend des bogens dann hochziehen der gummi ist sogar drinnen geblieben das ist auch gut und jetzt machen wir den gummi da wieder rein weil nachher komme ich nicht mehr dazu und silikon hin und dann kann man das rohr einfach durchstecken so jetzt sind beide gummi wieder dringen also die müsste zuerst rein tun sonst habt ihr da ein bisschen lärm vielleicht von unten und jetzt hier natürlich alles noch schön reinigen und dann kommt man eigentlich super dazu also dieser lüftungsteil von anfang an weg nehmen dann geht es viel besser so ich habe nicht den originalen heizhang gekauft sondern der von male hier seht ihr die ersatzteil nummer der ist stinkbillig und das einzige problem ist der hier hat diese verlängerung hier habe ich jetzt eingezeichnet wegen der krümmung und dann habe ich das ein bisschen gewärmt und dann konnte ich es rausziehen jetzt habe ich den draussen und hier kann ich den eigentlich auch reinstecken und dann noch mit dichtmasse abdichten und die position natürlich die zeige ich euch jetzt die war nämlich genau so weil hier habe ich eine kerbe gemacht auf diese linie hier damit es nachher wieder passt jetzt mache ich die zusammen mit dichtungskleber und dann ist das dicht und kann wieder eingebaut werden also dann steckt ihr das teil wieder an da diese vierkamp muttern reinschieben die ihr vorher eben gesichert habt dass sie nicht runterfallen und dann hier geht es am besten mit einem achterschlüssel anziehen nicht zu fest nach gefühlen so das reicht auch gleich da kommt man zwar ganz gut mit der stecknuss dazu ja und nicht vergessen o-ring o-ring dazwischen machen bevor ihr ihn montiert und zwar ist er genau wie hier nehmt ihr einen neuen oder könnt ihr auch wenn der alte noch gut ist den alten nehmen einfach wegnehmen vom anderen und an den neuen hin machen so und jetzt sollte das teil auf der anderen seite raus gucken also ihr guckt es raus richtige position ich habe da spezial klebe genommen für so rohrverklebungen und das hält jetzt schon wobei das muss 24 stunden trocknen und ist auch dicht ich habe es probiert vakuum hält und hat sogar sicher sicherung dran also jetzt trocknet der leim und dann hält das ja so auch hier wieder die zwei schläuche wieder drauf montieren wenn sie drauf sind die breden also die schlauch klemmen die habe ich jetzt weg genommen wegnehmen und anziehen dann ist da vorne wieder fertig so machen am nächsten tag weiter dann baut man alles wieder zurück der halter zurückbiegen und damit er nicht unter spannung steht müsste da unten halten schraubenzieher rein drücken und dann da runter drücken damit er wieder einigermassen schön gerade ist jawohl schlauch wieder hin machen alles wieder so montieren wie vorher der anschluss stürzen auch schön unten es geht eigentlich gut und ja jetzt kann ich da alles wieder zusammen machen ich habe natürlich noch kurz probiert ob das funktioniert dann mit warm kalb dass er am anschlag ist zumindest wenn er zu ist damit er dann nicht mehr heizt das geht so alles wieder zusammengebaut einfach genau umgekehrt alles wieder dran dass das das ist gar nicht so schwer jetzt steht man da auf warm und wenn man das nächste mal fährt entlüftet ist das ding selber also ich starte jetzt nicht extra das macht es dann automatisch ich muss jetzt nicht heizen da muss man noch vorne am expansionsgefäss noch kontrollieren und nachfüllen und ja das war's dann so also ich hoffe ich konnte euch helfen wenn ihr das auch mal machen müsst es sieht schlimmer aus als das es ist es ist halb so schlimm ein bisschen mit handwerklichem geschick kriegt ihr das locker hin und ja dann wünsche ich euch viel spass bei der arbeit und wenn es euch gefallen hat daumen hoch und bis zum nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020